Ja Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren YouTube-Video hier auf diesem Kanal. Wir haben jetzt mittlerweile 90 Abonnenten, das ist sowas von nice. Ich finde noch ungefähr 10 Abonnenten, da sind wir bei 100 Abonnenten dran. Danke, 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 danke dafür. Und ich freue mich, dass ich kein Video rausgebracht habe. Ich weiß, ich sage immer jedem Video, was ich neu rausbringe. Oh mein Gott, sorry, dass ich schon seit langem kein Video mal rausgebracht habe und so ein Bullshit. Aber diesmal tut es mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Danke nochmal für 90 Abonnenten. Und ja, ihr könnt ja mal oben in der Infobox abstimmen. Ich glaube, die ist da oder da. Abstimmen. Ob ich demnächst weiter mit Vlog-Videos machen soll, einfach normale Vlog-Videos. Oder ob ich Moda-Vlog-Videos machen soll. Stimmt einfach mal gerne mal oben in der Infobox ab. Und ja, ich gehe gleich runter, fahre mit meiner coole Maschine nach Lübeck und besuche meinen Vater. Wir werden dann, kommt sogar noch ein Freund mit oder wir treffen uns. Und fahren dann heute noch ein bisschen durch die Gegend. Das werde ich mir der GoPro empfehlen. Aber leider hat die GoPro keinen Adapter, wo ich ein Mikrofon reinstecken kann. Von daher nehme ich leider ohne Ton auf. Also ich mache die ganze Tonspur raus, füge Musik ein. Und ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Ja, aber seid mir nicht böse, weil ich bin auch so Anfänger beim Motorvloggen. Und eine bessere Kamera und Mikrofon ist bald unterwegs. Und dann rede ich auch bei der Fahrt. Auf jeden Fall gibt es heute nur so einen kleinen Ausblick, wie das alles aussehen wird und so weiter und so fort. Dann würde ich mir sagen, viel Spaß mit dem Video. Haut rein, ich bin raus. Ciao, ciao, euer SmallTV. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.